Herzlich Willkommen zu der nächsten Folge von Feed the Beast Ultimate, halt aktuell anscheinend komplett alleine, weil der Kollege abwesend ist. Ich steh gleich wieder mit dem Film, das ist ein Posteser, ladet es gleich hoch. Nehm ich ihn einfach mal an den Hals hoch und zieh ihn hoch. Die 3D-Supp. Hm, es wird Nacht und er dreht ja so und selber. Keine Penn. Erstmal in und taue und leeren. Wir haben die letzte Folge ein bisschen geklappt. Ein bisschen, ja, nur geklappt. Mal wieder ups den Fehler gemacht und davon sind nur noch ein paar Schaufeln übrig. Vielleicht machen wir jetzt auch noch eine Spitzhacke, zum Glück waren da nicht so viele Sticks drinne. Das läuft tatsächlich jetzt über alle Saphire damit natürlich verwendet. Glaube ich auch nicht, dass ich da einfach mal Schiff drauf spielte. Wieso auch, wenn ich das jetzt so gemacht habe, wusste ich eigentlich noch nicht. Aber ne, ich glaube ich, machen wir jetzt auch gleich noch mal eine Spitzhacke. Und hier noch mal ein Schwert, ganz Schwert. Und eine, keine Hoh, also eine Saphire. So, dann haben wir jetzt noch mal eine Saphire noch mal. Bis jetzt Nacht, der Kollege kann nicht schlafen, weil er nicht da ist. Und dann werfen sie aber auch. Ich stehe ja auch zu mal schicken, aber nein. Kippen wollte ich ja nicht. Mächst wird das Zeug, stell ich glaube ich auch nochmal. Soll ja nicht sein, oder? Na, wieder da? Ja. Hätte ich da nicht touchen müssen. Soll ich noch was aus mir raus. Und dann noch doppelt. Warte, wir haben mal untergekündigt AFK, oder wie? Ich war AFK. Ja, oder gekündigt, oder habe ich das nicht geführt. Ich habe mir jetzt nicht gesagt, dass du wegkommst, oder? So. So. Von der Zeit hat es in vollen Vorgang sonst zu anschauen. Oder AFK warst. Hm. Was ist denn da noch. Müsst ihr da jetzt quasi wissen? Man sieht ja minimal, was da jetzt zu sein Schienen ist. Der Bergnehmer, mein Haus ist verschwunden. Halt der nicht hinter dem Haus, sonst wäre es ne sehr lange Folge. So dann war es nicht auch da. Okay. Na, wo bist du jetzt hin? Na klar. Oh, wie sieht der Maus aus? Nice! Oh, ich hab den Parkett schon. Oh, jetzt habe ich mir gedacht, dass der Berg jetzt noch verabschiedet wurde. Alle drinnen, wenn es sonst noch in die Baumfarm hinkommt. Ne, wie heißt das? So, ich hab noch mal ein paar Saplings. Äh, trock mal die Hölzchen. Einen habe ich schon, die hier schon auch. Hey, bis wir die das Holz ja wieder bauen sollen und nicht bauen sollen. Ich hab noch die Zimpläte davon. Der braucht ziemlich lange. Zum Detail. Ich meine mal die Blätter, wo du stehst, immer noch die nicht verschwunden sind. So, mal sehen, ob das hier weg geht. Oh. Ups. So, ja. Einen Anziehzeppeln mit dem Baum. Warum sind hier am Baum Spinnnetze? Da waren die Spinnnetze dran. Oh. Wo sind die blau? Ja, das ist der Great Wood Baum, wo ich die Potteln hier habe. Hä, mach ich jetzt... Hä? Was mach ich denn? Hä, mach ich alles blau? Der färbt sie denn diese blau sind. Was bei den Great Wood Baum? Weil sie denn nicht so richtig blau sind. Also nicht. Ich tue alles blau... also ich tue die ganzen Blätter blau färben. Nur für dich schön schön. Also ohne was zu machen. Dann. Okay. Ich tue den vordersten hier. Ich tue die Zappling. Ich tue die Zappling. Ich tue die Zappling. Ich tue die Zappling. Mal kurz. Hm. Ich glaube, ich fühle ich das halt entzündigt. Umräumen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verstehe, ob ich das nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verstehe. Okay Bleib ich schnell selber mit der Sitzung? Da hat man das Ich darf noch mal die schocken Nein, hab ich nicht Das ist der letzte den wir davon hatten? Weil dann... Da können wir ein bisschen mehr raus. Weizen... Erd ich mal. Weizen erd mit Axt. Nein mit... mit der Faust. Weizen ist hier. Was ist das? Was war das? 1 So, bleib denn die So So, Luft. Soll ich eine Lupe mit, dass ich jetzt nicht auf das reinkam? So. Fertreise haben wir noch dazu? Nein. So. Wenn, dann bräuchte ich dafür aber auch gleich die Zäune. Brauche ich auch gleich die Zäune, weil ich hab kein Date dafür. Dafür gibt es kein Fan-State. Dann hole ich da Waffen-Mölche. Ich schmier mal das Tier hierherzhaus. Da hinten müsste ja noch Wölche sein. Ja, erstmal gleich. Erstmal ohne Wölche. Wie viel holen wir denn mal? Das war jetzt Auslander. Ähm, wohnt man da. Die Meute. Kommt ihr. Schafe. Kommt. Nicht für. Noch nicht. Nee. Kommt du. Kommst du? Die Meute. Schafe dennelentot. Schafchen. Ich bin ja gut. Ich habe es schon ausspän, irgendwie. Ey, mein Grund. Die Muster tut mir die aus der Tiere Das wird der vierte Chef Du in der Mitte Nein du bist bei dem vorderen Teil des Hauses Da auch meinst du Ich muss dich da aus dir Ich muss dich da aus dir Ich muss dich da aus dir Die Kuh ... nicht Baby Die Kuh ... nicht Baby Baby, nach da hinten bitte, tu, folge mir. Ich würde dir die Feuerheit holen, dann muss ich dich töten. Danke. Nein, für dich nichts. Ich hole gleich Freunde. Jetzt müssen wir auch trotz der Zwischenzeit. Wenn man eh vieles Ende pauschen, wenn man Wolle benötigt, würde ich nicht immer so eine gleiche scharfe Jagd. Ich glaube mein Boden da noch, jedenfalls ein Stück da. Warum nicht die Leuchtenboden dann wieder da vorne enden auf, sodass der Leuchten nur für den Eingangsraum reich wird. Das ist ja hier, das wird ich natürlich noch mal getauschen und kommt wieder. So, dann hole ich mal drei Türen. Dann möchte ich hier um das Haus dienen. Da sind ja. Drei Türen. Nie bestellt. Ich muss schon, dass ich das hole und die Schafe entriege. Ey Kühe! Ich hab was! Ich hab den Stoff! Hab den Stoff! Kommt! Da trinkt ihr noch viel mehr! Da trinkt ihr auch mal was! Also dass ich euch hinhalte! Hey! Du! Komm mit! Komm! Mit! Tschüss! Ich hab dich nur durchgedehnt! Schafe! Nein! Du Schaf! Komm mit! Folgst du mir? Schaf! Folge mir! Ey, folge mir! Ey, Blödi! Blödi! Komm! Komm mit! Hier! Du willst eine Waffe! Wenn du bekommst! Blödi! 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 Was ist nett? Komm mit! Äh! Blödi! Geht! Weg! Kühe! Kommt mit! Kühe! Kommt mit! Kommt mit! Hallo Kühe! Du! Komm! Du! Du! Komm her! Komm her! Ich hab das! Jetzt hab ich das mit den Schafen! Dann geht das nicht so schnell was Schaf! Ich hab dich jetzt gar nicht gebraucht! Okay jetzt hab ich hier auf Kaff! Also! Ich hab hier auf Kaff! Auf Kaff! Auf Kaff! Die will so was ich mir nicht so ganz raus ziehen! Ah! Ist doch nicht Spaß! Hallo Kühe! Da hinten! Hallo! Kühe! Du bist ein bisschen verrückt! Hallo! Drehen mir nicht ihr Hintern zu! Hey! Komm! Hey du! Komm her! Hallo! Komm! Komm her! Ja hier! Happy Happy! Kommt! Komm! Komm her! Du bist ein bisschen verrückt! Oh! Ja hier! Ich habe das Auto! Da und da! Ich habe das Auto! Wir sind sehr doof! Hihihi So, hoppla Ich würde sagen, dass ich eine Maus auch habe. Man hat ein Ding mit einem F2 Ich bin schon zu fast der F2 hinter dem Maus auch dran. Ja, das ist die Trossing Maus hier. Auf diese... Keine Maus, die Maus. So, stopp! Stopp, Tür! Stopp! Wer? Wer, du Kuh? Wer hier spielt eine Kuh rein? Hey, Tür! Hier, Happi! Hey, Tont! Kommt zu Papa! Ich hab was für euch! Diese Stimme... ...klingt nicht so seltsam! Das liegt sich schon... ...ziemlich... ...oder? Der liegt nicht da? Nein, aber nicht! So, und... ...kommt... ...kommt ein Fleisch-Täfig... ...wo ich mich messen werde! Was? Ich verstehe nichts... ...und so viele Türen... ...mhm... ...ja, mir egal... ...und so viel schabst... ...das kann ich auch nicht schlafen... ...wenn ich da schlafen... ...ich fahr auf der Leder nämlich... ...das hier... ...un flotche ich mir jetzt die Tür schon mal an... ...bis ich später... ...runter bringen kann welche... Das räume ich gleich mit. Ich will ihn jetzt miträumen. Kann ich ihn jetzt miträumen? Ich weiß nicht. So wirklich. Vielleicht mache ich ihn gleich zusammen. Das wird vielleicht aber auch im Stream passieren, oder? Aussehen, es hat Bock, dass ich... Wie viel noch mal? Äh, wir müssen hier rein. Dann füge ich das gleich. So, ehe ihr kühe. Hier, hier! Hier, hier! Kuhliebe! Man, jetzt ist er ein Vierer. Wie sah ihn das aus? Schau, schau, schau. Oh Gott. Nur ne Frage. Alle paar Titel betrifft auch das Salat. Hm, Schichtmotors ist durchgucken. Wetter, wir wechseln wir kurz einfach. Zum den ja sehr schade. Schnell, oder? Ne, wir können das auch halt zu. Ich will erst gucken. Wenn ich das hier einschmeiße, habe ich noch welche, die da näher sind? Ja, da hinten die Schafe. Die, die ich jetzt nehm... Die eingefangenen Schafe hinten sicher noch nicht hier. Das Pb-Serien. Das hab ich hier dann voll reingemacht. Das ist ja keine Einstellung, oder? Das alleinige Let's Play! Alter, what the fuck? Was ist das denn hier? Ach, ich stehe wirklich süß. Die sind schon alle aus Drugs. Die sind schon alle aus Drugs. Ey, Schafe! Kannst du? Kannst du? Nein. Kannst du? Kannst du? Kannst du? Nein. Da konnten welche. Diese Partikel sind aus. Okay. Das hat dieser Test. Jetzt will ich wieder und stell was um. Das will ich jetzt schon mal rausfinden. Was ist das denn? Könnte sein, dass das zum Partikel gilt... Die, die Badwatch Sache. Äh... Hehehe... Vielleicht schaut ich das dann an. Weil ich für den Display war schon nicht schöner. Aber weil... ...m... 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 ...falle... ...ner... ...w whereas... ...meh.. ...la... ...wenn die so zu sein gezichtet und dann halt abgemizelt. Auch wenn ich das vielleicht vorher hatte so, das ist auch wenn ich dread zu sind AusfallXhふrcte... ...wenn ich mir beberchaue mal hier. mal gucken. Aber city was sieht war mal ab? An sich war halt... eher kneiver... Weil da... vielleicht sozusagen mit dis... .... Das ist die... Das hier ist doch hier... Partei minimal... Ja gut, das sind die... Desert... Satiata... Löwe, Desert... Wollt ihr... Ah, echt, ein Unterschied! Das hier sind die... Jetzt haben wir hier die Tür und nur die Schafe... Das ist ein bisschen Leben in der Bude. Aber was ist, wird er schon total draußen? Die Folge neigt sich mal wieder den Ende zu? Die wievielte Folge ist das denn? Wir haben 10. Die siebzigste Folge. Es ist die siebzigste Folge, das heißt, selber noch. Wir haben alle seit 30 Folgen gemacht, 10 Folgen. Ich habe schon wieder den DVD-Farben gelitten. Heißt noch 20 Folgen und DVD-Farben schließt sich. Schließt sich alle die Klappe, DVD-Farben tut die selber noch mal an. So. Aber, bis wir sind dann... Mit einem Mäh sind wir dann... Mäh. Mäh. Ich ziehe nicht auf. Aber dann. Die 10 Folgen Nr. 1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.